So, gepackt haben wir. So sieht es aus und in einer halben Stunde fahre ich dann los. Einen kleinen Rundgang. Wenn ich Glück habe, hält es. Okay Schatz, du fährst langsam und vorsichtig. Rückwärts. Bis zum nächsten Mal. 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 Musik Ich bin auf einem wunderschönen Campingplatz angekommen, in der Nähe von Flensburg. Die Karre steht jetzt hier. Und ich muss jetzt gleich mal mein Zelt aufbauen. Schaut mal, wie hübsch das hier ist. Ein paar Camper sind hier und es ist alles ganz top gepflegt, muss ich sagen. Hallöle, ich bin jetzt hier in Erzhalz. Das ist am nördlichen Ende von Dänemark. Und warte auf die Fähre. Die kommt nur erst in zwei Stunden. Musik 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 » Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018